So, was ist das genau? Sag mir genau, was ich schreibe. Boah, aber russisch schreiben geht gar nicht mehr. Boah, das mach ich jetzt mal auf deiner Brust schreiben, den kann ich dann gleich damit angeben. Boah, ich hab mich angefasst. Ah, ah. Jetzt aber in deinem Stuhl. Moment, jetzt. Oh, ich hab den Elfernessen. Scheiße. Für die Geisten steht er jetzt. Einer mit dem Kugeln. Das ist ein bisschen zu. Vielen Dank. Einer meiner, ich soll es sagen. Immer die Sektion. Boah. Regen wir das A-E, ne? Genau, ich frag lieber, bevor ich jetzt falsch schreibe, weil... Nee, das hab ich nie vergessen. Alter, ich kann gar nichts mehr. E-Ki-Pas. So, E-Ki-Pas. Hab ich richtig geschrieben, ne? Oh, oh, oh. Einer hat einen dort Amazon-Einsatz. Den könnte man dann auf jeden Fall... E-Ki-Pas. Das ist noch ganz klein in die Ecke. E-Ki-Pas. 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 Wo auch mal noch einmal katschen lassen? Ja. Boah, das wär's Gianani. Ich such dich dann. E-Ki-Pas.